Die lieben es, einfach ihre Schniedel hier auf dem Dach irgendwie auszudrehen. Fuck! Ich meine natürlich... Ah, Mistverdammter. Wie konnte mich diese kleine Schlampe nur abschießen? Hey. Leute, wenn ihr aber auch nur auf den Dächern rumkriecht die ganze Zeit und euch die Eier krault... Ach so, bin der fliegende Feind. Oh, der ist einfach zerfetzt worden. Schnell weg. Runter, runter. Bitte, ich will runter. Bitte, ich will irgendwie auf dem Präsentator da. Wow, 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 wow. Wow, bruh. Hilfe. Vorsicht, lass mich mal durch. Das ist ein Mann, 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 das ist ein Mann. Und es ist mir wurst egal. Aufzug fahren. Oh fuck, wo geht der dann auf? Vorne oder da hinten? Oh. Das ist HZ? Von der Lulu. Wo sind die Feinde hin? Ja, ich scheiße. Obst, äh, Obst, kein. Ach so, da oben sind die Feinde. Okay, auf einmal. Okay, natürlich. Wie soll ich jetzt glauben, oder wie? Wie komme ich da hoch? Hier, ganz hoch? Ja. Oh Gott. Bin ich jetzt... Jetzt fährt doch jetzt nicht wieder runter. Es fährt runter, ne? Das Fahrstuhlchen. Man, das hat ja gerade gepasst, ne? Hihi! Ich bin Fahrstuhl-Camper, ich bin nur Schlamm. Was? Hey, Moment mal. Wie kommt man denn ganz hoch? Also, wenn die nicht ganz hoch führen aufs Dach. Moment mal, es ist doch jetzt ultra nice, mit dieser Snipe da unten die kleinen Pimpfe zu knü... zu knü... zu knülen. Da ist ja auch einer! Ich werde bekloppt! Hatte ich nicht gerade noch Mates da? Wo pimmelt ihr denn wieder rum? Die lieben es, einfach ihre Schniedel hier auf dem Dach irgendwie auszudrehen. Boah! Alter, wollt ihr mich verarschen? Kein... Ach, da oben, hock'n Sniper mit seinem Pimmelgewehr. Hihi! Oh Gott, ich bin wieder hier hochgegangen. Ich bin so ein Arschkind. Ich bin so ein Arschkind getaggt. Hallo. Boah, Klang hat runtergekommen. Wow, BlackBellyRamBadam. Und da ist direkt der Nächste um die Ecke. Wow! Feindliche Rakete im Anflug. Entdeckung, feindlicher Feind im Anflug. Ich hab'n feindlichen Feind. Mein Feind ist viel feindlicher als deiner. Aber meiner ist dafür feindselig. Das Dach trägt mich. Aha, es trägt mich. Hihi! Oh, 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 oh. Anscheinend sind hier nicht nur Verbündete. Anscheinend liegt Killer ungefähr im Mittelfeld. Wie schlecht. Ja, was ihr alles sichtet, das ist ja gar nicht... Das ist ja nicht mehr... Das ist ja nicht mehr feierlich hier mit euch. Also diese Waffe ist nicht schön. Hallo? Ich dachte kurz, das wäre einer... Einer von den Feindern. Hallo, mein Name ist nicht... Ich bin's grad merken, denn ich habe Diabetes. Was heißt das? Ich glaube, es heißt, dass es eingenommen wird. Alter, ich stehe wieder auf, weil ich cool bin. Sehr schlechtes Mittelfeld. Das ist ja schon ein Schlechtheitsfeld. Genießt mal hier die Ding. Also wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Guck dich das mal an. Die Raketen, die da starten. Hallo. Au. Hey, ist ja wohl lächerlich. Ich stelle mich da noch hin wie so ein Stück Brot. Wir gewinnen die Runde jetzt noch. Wir zwingen die jetzt in die Knie. Ja, weil Ohneleaf hat euch ja gefallen. Also vor allem, ich interessiert ja auch, wie es weitergeht. Ich war am Schluss in diesem Raum mit den ganzen Vasen und denke mir, gut, äh... Cool, liegt hier ein Fallschirm? Nein. Wenn das ein Fallschirm ist, bist du verloren. Da. Cool, von hier kann ich den Flaggenstatus ändern. Sehr gut. Ich habe einen feindlichen MD-Schutz nördlich von dir gesichtet. Mir völlig egal. Ich nehme die Flagge ein. Der Commander hat gemein, ich soll das Ziel innehmen. Das mache ich jetzt. Ich. Oh, geil. Also, diese Granate habe ich ja wirklich geschmissen wie ein Könner. Wie ein Nichtskönner. Das sind gekonnt... Gekonnte Granaten gewesen. Gehen wir zuerst mal Fatih ran. Gehen direkt die Feuerlöscher an. Denn es ist ja auch gerade eben Panzer explodiert. Meine Feuerlöscher ist genauso. Wenn ein Panzer bei mir im Haus explodiert, geht er an. Meistens. Wie? Man kann die Granate nicht halten. Wow. Ich wollte sie jetzt halten, damit sie sie richtig reinhauen. Wie gesagt, nachdem ich saß dabei, Titanfall ist echt angenehm hier, dass so etwas Fettes dann doch spielen zu können. Aber mit einer neuen Platte werde ich dann wahrscheinlich noch mal ein paar FPS mehr haben. Weil ich ja wirklich seit Jahren die gleiche Platte habe. Die eine. Und... Also, ich habe zwei Stück. Ich habe zwei. Auf der einen, auf der SSD läuft das Betriebssystem. Aber sonst, auf der Platte jetzt läuft... Wird die Aufnahme drauf gespeichert. Da läuft das Spiel. Da läuft das Aufnahmeprogramm. Da läuft Audacity. Da läuft das Programm. Und das ist meine Webcam. Und das läuft alles auf die eine Platte drauf. Und bis jetzt hat sie echt gut durchgehalten. Also, wie gesagt, ich kann hier auch mit 30 FPS noch spielen. Kann man ja kaum glauben. Aber ich hole mir so eine richtig... Richtig fette. Wenn ich überlege, die Platte, die ich hier drin habe, bis zwei Jahre ist alt. Oder drei. Und was... Ich habe damals nicht auf Platte geachtet. Von wegen, ja, ich will eine richtig schnelle, gute Platte haben. Sondern ich wollte damals... Das war nur... Nur zocken angesagt bei mir. Der PC ist sogar schnäht, ja. Und da wollte ich einfach nur, dass ich gut zocken kann. Was habe ich getan hier gerade? Habe ich jeden Fehler begangen? Ja, ich habe einen Fehler begangen. So ein Geld ist immer so eine Sache, wirst du? Weil ich jetzt doch mittlerweile in einem Alter bin, wo ich sage, na gut. Kaufe ich mir jetzt lieber ein neues Herst, das ich brauche? Oder nicht spiele? Ich weiß es nicht. Also würde ich natürlich direkt zum Spielen begriffen. Aber heutzutage denke ich etwas nach. Ja, Fahrzeug auch geschaltet. Ja, wir gewinnen. Ja, we're gonna win. Like a bitch. Wir gewinnen, wie es einer Schlampe würdig wäre. Gott. Da schläss ich einfach vor mich. Ich bin da... Au. Ja. 1.03 Uhr. Perfekt zum Ausmachen. Die perfekte Zeit. Perfekt. Komm schon, Level 80. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm, Level 80, Level 80.000. Million, 114.000. 347. Ja, deswegen. Ich werde jetzt mal hier das Spiel verlassen. Ach, genau. Ja, da wollte ich schon testen mit der Aufnahme. Und dann kam ja Kaizo Mario. Ah, jetzt kann ich nicht mehr raus. Tja, jetzt muss ich noch eine Runde spielen. Nee, Quatsch. Ich muss jetzt ins Bett. Also Leute. Ich wünsche euch viel Spaß. Ihr hattet den Spaß ja schon. Viel Spaß bei dem, was ihr danach macht. Guckt euch einfach alle alten Videos von mir an. Ja, also dann bis zum nächsten Mal, gell? Viel Spaß. Ciao, ciao. Hey. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020